Es ist wie es ist. Ein Lied auf meiner neuen CD, auf meinem neuen Album. Es gibt gewisse Wahrheiten, die kann man nicht wegleugnen. Es gibt allerdings sehr viele Themen, wo man darüber diskutieren kann. Wer darüber mehr wissen will, der kann sich jetzt dieses Lied downloaden oder auf CD erwerben. Auf meinem neuen Album enthalten. Es ist wie es ist. Vorher Wer darüber mehr wissen will, der kann man nicht wegleugnen. Wer darüber mehr wissen will, der kann man nicht wegleugnen.